Hallo YouTube! Es geht weiter in meiner kleinen Messereihe Batoning mit dem Klappmesser. Nachdem gestern im letzten Video ein großes Victorinox zum Einsatz gekommen ist und ein Spyderco mit Wellenschliff und Liner-Lock kommen wir heute mal zu zwei Vertretern aus der Slipjoint Reihe und zwar sind das ganz besondere Slipjoints bei denen ist die Feder einfach ein bisschen straffer als sonst also die haben hier wenn man drauf drückt rasten die einfach ein bisschen fetter ein bei dem Messer ist das so und das zu dem Komrade muss ich ja nicht viel sagen das kennen ja die meisten wie da die Feder einrastet. Das ist auch eine besondere Feder. Okay, dann wollen wir die beiden mal ausprobieren. Der Anfang macht man das Komrade. Die Holzstücke sind ein bisschen länger. Ich habe nichts mehr anders da. Muss man schauen wie ich im Bild bin. Ja Moment, ein bisschen schlecht. So vielleicht. Okay. Wollen wir mal sehen, wie die sich schlagen. Also es geht, aber gestern ging es besser. Es federt also immer so ein bisschen nach, das Männli. Wollen wir mal das andere ausprobieren. Also die Klinge ein bisschen kürzer. Mal sehen, wie es geht. Das ist also das Enzo BK-70. Also mehr wollen wir denen jetzt mal nicht zumuten. Wir haben kein Klingenspiel, nichts. Absolut kein Problem. Aber wir wollten ja nur mal sehen, wie sich schlägt. Also es ist so, dass wir beim Draufschlagen federt immer so ein bisschen nach. Aber es klappt eben nicht ganz ein. So wie es bei dem, wie es jetzt beim Liner-Lock oder beim Frame-Lock wäre, wenn der einklappt. Ähnlich ist bei dem auch immer so ein leichtes Einklappen und es ist nicht ganz so komfortabel wie beim letzten Mal mit dem Spyderco und dem großen Victorinox. Ja, zu machen ist es aber auch, aber schön ist was anders. Okay. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.